Guten Tag, Sie sprechen mit dem Ketzer-Podcast. Leider sind wir gerade in der Urlaubspause. Sie können uns aber eine Nachricht hinterlassen, nach dem... Nehmen wir doch mal an, nehmen wir doch mal an, nur mal für Spaß, nur mal für Spaß. You can fuck off. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ketzer-Podcasts. Momentan hier im Pseudo-Live-Aufzeichnung. Christian ist beim Segeln über den Tellerrand gefallen und kann das Mixer nicht bedienen. Ich begrüße meine Mitketzer, Achtung, aufgepasst, Nico aus Hagen. Hallo. Jan aus Trommelwirbel, Dortmund. Hallo. Und wie war es bei Dieter Thomas Heck, neu unter den Top 3, Ramona, das Teufelsweib aus der Pfalz. Hallo Ramona, ganz herzlich willkommen. Hallo. Gut, also ich dachte noch, es gibt auch so einen Spruch, er friert die Hölle zu. Und ich glaube, das zweitunwahrscheinlichste ist, dass man im Ketzer-Podcast eine Frau mitmacht. Also große Überraschung. Und ja, ganz herzlich willkommen Ramona. Gerne. Vielleicht kurz zu den Themen, dann stellt sich Ramona auch nochmal vor. Oder beziehungsweise wir werden sie ja in Hochnot peinlich verhören, wer sie ist. Unsere Themen sind heute Ramona, das Teufelsweib, Frauen im Atheismus, Kirchensteuer-Leit-Vorschlag von EKD-Vorsitzenden Bedford-Strom. Und die Transparenz-Offensive der katholischen Bistümer. Den Anruf haben wir heute, darauf haben wir dieses Mal verzichtet. Und damit können wir Ramona gleich willkommen heißen. Und der Ahnungsloseste von uns ist ja Jan. Deswegen holen wir jetzt die Kissen. Poke with the soft cushion! Und werden Ramona mal ausfragen. Und Jan ist der Unwissenste, der darf die Federführung übernehmen. Okay, Jan. Leg los! Kannst du vielleicht mal erklären, wie du hier zu uns gestoßen bist und wie so dein Hintergrund ist in Betätigung kätzerischer Natur? Ja, also ich habe euch ja schon mehrere Jahre auf dem Schirm und habe bei irgendeinem Podcast mal gehört, dass Matthias aufgerufen hat, dass auch mal Frauen sich melden können, so ähnlich in dem Kontext. Ja, ich war da sehr beschäftigt und habe aber gedacht, oh ja, bei denen würde ich ja auch mal gerne mitmachen. Das ist wirklich eine ganz tolle, lustige Bande hier. Und ja, jetzt nach Jahren habe ich gedacht, oh, es ist Corona-Zeit. Ich habe nicht viel zu tun, kann ja eh nicht weg und so. Jetzt wissen wir, was Gott mit Corona vorhatte. Ja, genau. Dann ging das Teufelsweib an die Schreibmaschine, also ein PC und hat halt euch dann angeschrieben. Ja, so war das. So kam ich dann jetzt dazu. Okay. Hast du vorher schon mal irgendwas gemacht in der Richtung oder? Also wenn ich jetzt meine, ich bin Aktivistin, ich bin sehr lange Zeit schon bei der Giordano Bruno Stiftung, im Förderverein, also im Förderverein, habe auch eine Regionalgruppe in der Pfalz und da bin ich weitergegangen, da bin ich zu der Richard Dawkins Foundation gekommen, weil mich die Evolutionsbiologie so interessiert hat und wie er das alles so, der Richard Dawkins das alles so erklärt hat und so. Ja, und ich bin entdeckt worden quasi von dem Gründer hier in Deutschland, der das praktisch hier aufgemacht hat. Der hat mich gesehen, also im Facebook und überall, wo ich dann halt auch so schreibe, der hat mich dann angeschrieben. Und ich war natürlich da Feuer und Flamme, eben wegen dieser Evolutionsbiologie. Noch nicht mal so wegen dem Atheismus, sag mal, anfangs. Heute ist das auch anders, ja. Aber damals war das wirklich primär die Evolutionsbiologie. Okay. Wie bist du denn so insgesamt in die Denkrichtung geraten? Hat da irgendwer missioniert oder, ich nehme mir mal an, wenn du in der Pfalz aufgewachsen bist auch, ich weiß nicht, okay, es gibt in der Pfalz auch Städte, aber der Großteil der Pfalz, den ich so kenne aus Verwandtschaft, ist eher dörflich und wahrscheinlich eher christlich durchseucht von der Sozialisierung her. Also generell, genau, die Pfalz oder auch Rheinland-Pfalz ist also sehr stark kirchlich geprägt, das ist bekannt. Ja, und wenn wir jetzt zu mir kommen, ich bin nicht religiös aufgewachsen zu Hause. Ich bin aufgewachsen, also meine Mutter, die hat sehr oft über die Kirche geschimpft, die ist da auch irgendwann ausgetreten, so wie ich mich erinnere noch, ja, wo ich Kind war. Und ja, aber sie war auch nicht jetzt, dass sie atheistische Sprüche gemacht hat oder so, ja. Sie war einfach, sie war genervt von der Kirche, dass die nicht hilft und solche Sachen eben. Also ich bin nicht religiös aufgewachsen, aber ich war natürlich auch gesellschaftlich indoktriniert, ja. Ich, sagen wir mal, ich bin vom Wesen her ein sehr romantischer Typ. Ich bin ein kreativer, romantischer Typ. Und ich fand natürlich den Jesus immer ganz toll, ja, wie er da so schön rumläuft mit seinen Latschen, und so seine Händchen hochhält und zu seinen Schäfchen hier spricht. Und diese Ganze, was du im Fernsehen schon alleine jedes Jahr reingepusht bekommst, ja. Also das sind Dinge, die haben mir natürlich, von der Romantik her hat mir das, ich wusste ja auch sonst nichts anderes, ja, fand ich das ganz toll. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie gläubig war, ja. Weil wenn es dann in der Schule dazu kam, wir wurden noch von einem Pfarrer, wurde ich noch Unterricht, also katholischer Unterricht hatte ich. Bist du denn getauft, Entschuldigung, dass ich unterrichte? Ja, ja, ich wurde katholisch getauft. Ja, aber aus dem Grund, weil jeder, meine Mutter hat das genauso gemacht wie alle anderen auch, dann wird sie halt getauft, da hat sie dann halt auch eine Patentante und da gibt es auch ein bisschen Geld und so Sachen. Und die Verwandtschaft ist nicht sauer und wundert sich nicht. Richtig, genau. Ja. Genau. Aber wie gesagt, das war für mich, ich bin ein sehr Romant und ich fand das immer ganz toll. In der Schule war das halt anders, da war ich immer derjenige, wo ich mit dem Pfarrer ständig Stress hatte halt. Ich habe gesagt, das können Sie mal gleich vergessen, dass da einer kommt und tut da die Erde zusammenpatschen. Ich meine, er muss das auch so erklärt haben, sonst hätte ich diese Antworten nicht immer gegeben. Also so muss ich das aufgefasst haben, was er meint mit der Schöpfung und alles. Also ich habe das ganz früh, ständig bin ich da aufgefallen, musste zum Rektor, weil mich das wahnsinnig gemacht hat, dass der so einen Blödsinn erzählt. Tja, also ich glaube, ich war schon immer so ein skeptischer und Atheist eigentlich. Also das sind zwei verschiedene Teile, die Romantik, wo ich darin gesehen habe. Ich habe auch weiß geheiratet, aus dieser Romantik heraus. Also für mich war da überhaupt nichts Gläubiges dabei, dass ich das vor Gott mache. Nee, ich fand dieses weiße Kleid, das ist doch so wie so eine Prinzessin. Ja, da läufst du da so diesen Gang entlang und gut. Aber dann auch in der Kirche. Ja, selbstverständlich. Wo fügtest du sonst so einen tollen langen Gang? Ja, das ist ja das. Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den Leuten, die in US-Südstaaten irgendwie anfangen, deren Bürgerkrieg nachzuspielen und sich da als Südstaatler verkleiden. Die finden es ja auch nicht toll, dass das Leute waren, die Sklaverei verteidigt haben, sondern halt einfach nur diese Szenerie, dieses Mittelalter-Feeling. Genau, also wenn ich so aus meiner Erfahrung das so sehe, ist als Kind, du hast doch gar keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung, ja. Was hat Kirche gemacht, was haben die gemacht? Und das wird, ganz ehrlich, das wird ja auch in der Schule nicht gelehrt, ja. Was da alles schiefgelaufen ist und was für Scheiße die gebaut haben. Also diese Romantik und das mit der Kirche, das ging ja sehr, sehr lange bei mir. Ohne gläubig zu sein, versteht ihr? Heute werde ich das ganz schlimm finden, ja. Ich war auch sehr lange Zeit im Kirchenchor, im Katholischen. Ich war Tenor, ja. Ich bin auch Sänger eigentlich, ja. Ja, einer hat mich halt gekannt und die haben gesagt, oh, du hast so eine tolle, tiefe Stimme eigentlich. Wir suchen noch einen Tenor bei uns und so, die fehlen laufend. Da habe ich mich breitschlagen lassen und so. Ich bin gut, ich war froh, dass wir Latein gesungen haben. Und da wusste ich nicht, was die singen. Und, wisst ihr, das war dann für mich. Ich bin so ein richtiger Stimmenfetischist, ja. Also ich liebe es in tausend Stimmhöhen und Herzen zu singen und zwischendurch. Also eine ganz schwierige Sache eigentlich auch. Aber das ist so mein Ding. Also nicht so der Frontsänger, sondern eher so die komplizierten Sachen hinten dran dann so zu bringen. Und da ist der Kirchenchor, der ist natürlich prädestiniert dazu. Da gehen die Stimmen ja, also das muss man wirklich sagen. Das geht so hoch und rüber, drum und drüber und es ist alles stimmig. Wenn man das jetzt von der Seite, von der musikalischen Seite jetzt sieht. Da musste ich dann am Ende auch aber rausgehen, weil ich dann nicht mehr konnte. Ich konnte, als ich anfing, das zu begreifen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Ich habe mich auch nicht darum gekümmert. Ich habe mein Leben gelebt, so in meiner Romantik. Jedes Jahr hast du dann diese Moses-Geschichte gesehen im Fernsehen. Da hast du das halt immer so geguckt und hast dir nichts dabei gedacht eigentlich, weil du das nicht erfährst. Und dann so langsam, umso älter ich wurde und so weiter. Und dann blickst du natürlich mehr so immer mehr dahinter. Du fangst an zu lesen und zu machen. Und dann hat es mich gepackt, dass ich zu der Giordano Bruno, so ging das los. Wo ich dann wirklich richtig gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fing das an nach dem 9-11, wo bei mir so einen Schub gegeben hat. Moment, was macht Religion eigentlich hier? Was ist hier los? Wo ich das erste Mal wirklich gefragt habe, mich selbst, sag mal, weißt du eigentlich, was hier abgeht? Ich hatte keine Ahnung. Und das war so ein Schock, so ein Wachrüttler. Jetzt musst du aber mal gucken. Und da bin ich dann hellhörig geworden. Und da war es dann mit der Romantik auch weg. Es ging ganz schnell, ja. Also da ziehe ich eher vor, Bäume zu umarmen in romantiker Weise, wie dass ich da noch irgendeinen romantischen Gedanken daran verschwende. Aber es war auch eine große Enttäuschung halt auch, dass du gemerkt hast, du bist so geblendet worden, dass du sagst, das ist ja furchtbar. Aber es war gut für meine Skepsis, die ich dann noch mehr festigen konnte. Also heute bin ich auf alles gewappnet und sag, ja, nee, nee, da passte mal lieber auf, was der dir erzählt. Hast du denn da irgendwie aus deinem sozialen Umfeld Gegenwind bekommen oder sowas? Nee, nee, gar nicht. Ich war eigentlich bekannt dafür, dass ich generell so gegen das, was mit Kirche, nicht gegen Kirche, sondern das Konzept, ja, so, da dachte ich, das Schwachsinn, ja. Das war von Anfang an klar und meine Familie zum Beispiel, die kennt mich auch gar nicht anders. Ich habe auch Sissi geguckt. Also das ist für mich kein Unterschied gewesen, ne? So, Sissi, das war auch so schön. Ja, ich habe jahrelang immer wieder Sissi. So, eine Romantik. Ich bin so ein bisschen eine Romantikerin und das ist das, was ich erklären will. Das war das Einzige, was mich da so interessiert hat mit dieser Jesusfigur und so. Ja, aber da war nichts Gläubiges jetzt dahinter. Dass ich aber jetzt aktivistisch bin, das ist was, was ich meine. Das ist seit dem 9-11, wo ich sage, okay, ich fange jetzt mal an zu gucken. Dann ging das ganz schnell, wo die GBS dann bei mir auf dem Schirm war und da habe ich das so ein bisschen beobachtet eine ganze Zeit lang. Habe da dann mitgemacht und so ging das los. Wahrscheinlich dann auch mit dem Aufkommen vom Internet, oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Also um 2001 rum war ja etwa die Zeit, wo in Deutschland, okay, in der Pfalz weiß ich jetzt nicht, aber in den größeren Städten dann nochmal DSL kam und man nicht mehr über das 56k-Trudelmodem sich einwählen musste und Angst haben, dass der Provider einen jetzt Pleite macht, wenn man drei Minuten länger surft. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es eigentlich seit der Zeit von YouTube. Also YouTube bringt zwar auch viel, viel Schwachsinn, ja, aber ich habe auch über YouTube viel lernen können, ja. Weil du konntest das dann alles aufnehmen und du musstest nicht nach Büchern suchen, dass sie dann nachlesen. Und so, nee, du gehst auf YouTube, gibst was ein und Batsch hast du, wie viele Dinge dann schon, ja. Wo du verschiedene Meinungen über Dinge, ne. Und da muss ich sagen, wenn du das Richtige eingibst, dann findest du auch die Sachen, wo dich interessieren, wofür dich wichtig sind. Und da sage ich, also eigentlich ist es YouTube, wo dich dann, dir geholfen hat, ein bisschen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Insbesondere ist es bei YouTube ja so, dass man Dinge, die man unsinnig findet, relativ konsequenzenlos einfach wegblättern kann und einfach sich das Nächste anschauen. Wir hatten das schon mal, wenn hier solche Bücherstunts gemacht werden, wo dann irgendwelche Bücher angeschafft werden und man sich dann fragt, okay, jetzt habe ich dieses Ding hier rumliegen, wo eigentlich nur Unsinn drinsteht. Ja, ja. Was soll ich denn jetzt damit machen? Genau. Ja, dann ist es einem irgendwie zu schade, dafür Geld ausgegeben zu haben, es dann einfach direkt in die Tonne zu befördern. Richtig. Ja. Ja, und ansonsten war es das eigentlich, also ich leite das Projekt Evo Spielekiste bei der Richard Dawkins Foundation. Das ist so ein Projekt, wo mir eingefallen ist, das kam durch Evo Kids, wo ich auch dabei war bei den ganzen Konventionen, wo wir uns getroffen haben in Gießen und dann dachte ich für die Richard Dawkins Foundation, wir machen so eine Evo Spielekiste, da dreht sich es darum, dass Spiele hergestellt wurden, wie so Lernspiele halt, wo Kinder schon in der Grundschule so Evolutionsfaktoren, das schon benannt wird und ja, dass die so einen kleinen Einstieg schon bekommen. Und das sollte so, also geplant ist es für mich, dass das so an Nachmittagsbereichen, an Ganztagsschulen, dass das vorgestellt wird und ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob die noch jemand außer mir kennt, ob da jemand in der richtigen Altersklasse ist oder es vielleicht miterlebt hat bei irgendwelchen Kindern oder so. Also als ich jung war, gab es diese Dinosaurierhefte, die wir noch irgendwie im Moment wieder in. Ja. Das ging ja in etwa in eine ähnliche Richtung und damit kann man Kinder schon ganz gut begeistern. Ja, natürlich. Überhaupt generell im Grundschulalter ist das ja so, dass die Kinder sind von der Natur begeistert, noch. Später, ja, mit elf, zwölf, da geht, 13, da geht es mit den Handys los, da gehen, da ist nichts mehr mit Natur und Wald, sowieso nicht. Aber so in einem Grundschulalter sind die da noch begeistert von dieser ganzen Tierwelt quasi. Und da muss man die schnappen, ja, muss sagen, hier, da sind sie aufnahmefähig und haben, und ich konnte das auch testen. Und ich war 14 Jahre an einer Grundschule beschäftigt, so als Fachpädagoge nachmittags in so bühnenorientierten Sachen, Tanz, Chor und so weiter. Und konnte mit einigen Kids, konnte ich da schon so, so zum Ende zu, ich bin nicht mehr an der Schule, aber zum Ende zu, so wo es ins 12., 13., 14. Jahr ging, habe ich mir mit einigen Schülern schon das testen können, so ein bisschen, ne. Und da habe ich das natürlich viel Erfahrung sammeln können, wie Kinder darauf reagieren. Und habe auch nach der Schule noch ein paar Evo-Kids, sage ich, mit denen zusammengearbeitet, dass die, du musst ja immer das auch testen können an Kindern, ne. Und ja, da habe ich gute Erfahrungen sammeln können. Keine Bedenken von Seiten von, also wenn, ich habe ja früher immer, jahrelang oder jahrzehntelang das Ideaspektrum abonniert, ne, die sind ja so aus der evangelikalen Ecke. Und wenn du so sagst, wir nehmen da die Kinder schon in der Grundschule und, ähm, was kann man da sagen, wir bringen schon Kontakt mit so evolutionären Gedankengut oder so, ne. Dass du fürchtest, dass es eine Art von Indoktrination ist, oder was? Ja, da hört der Evangelikale, wir versuchen die Kinder schon von klein auf mit der Evolutionstheorie zu indoktrinieren. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn jetzt davon jemand Wind bekommt, dass die, äh, genauso dann das als, äh, bedrohliche Indoktrination empfinden, wie, wie Latze da seine Homonormalität. Äh, wobei es ja immer gute Gründe gibt, solche Programme, äh, zu machen. Also, ja, der Grund für die Evo-Spielekiste ist nicht vorwiegend, um der Schöpfungsgeschichte da entgegenzugehen, weil es dreht sich hier nicht um einen, ein, ein irgendwelchen Wert oder, äh, sowas, sondern es geht um Naturwissenschaft. Und, ähm, der Fokus wird darauf gelegt, die Naturwissenschaft nach vorne zu bringen und nicht, was, was, wer glaubt, das ist mir wurscht, ja. Also, das wollte ich auch nicht so verstanden wissen. Also, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir so kleine Kinder suchen würde und würde die jetzt für eine weltanschauliche Sachen wie den Ketzer-Podcast zu begeistern. Das meinte ich auch, genauso wie auch bei Homosexualität. Wenn du Kinder hast, die irgendwann mal homosexuell werden oder, äh, deren Eltern homosexuell sind, ist ja wichtig, dass der von vornherein dafür gesorgt wird, dass die nicht deswegen diskriminiert werden oder so. Es wird ja erst diskriminiert, wenn sie diese Diskriminierung eingepfleucht bekommen. Ja, aber die würden sie ja von den Eltern dann mitkriegen, hm? Und das aber bei der Naturwissenschaft, das ist jetzt ganz, was ganz anderes. Mhm. Ähm, da geht's darum, dass generell, äh, an naturwissenschaftlichen Fächern, die immer mehr zurückgehen oder zusammengelegt werden. Mhm. Du lernst also, äh, evolutionsmäßig, was natürlich für den, für jeden Menschen wichtig sein sollte, wie das vonstatten ging, ja? Wichtig sein, das ist in der Medizin wichtig, dass die Leute das wissen. Warum ist es wichtig, dass man die Evolutionsgeschichte kennt, ne? Ja, darum geht's. Es geht nicht um irgendwelche Schöpfen, Schöpfungsmythen, dass, ich hab auch mit den Kindern, natürlich waren da manche fix drauf und die haben gesagt, ja, Heine kam dann mal, ja, und was hat Gott gemacht? Ja, ich hab dann so erzählt, ja, wie das alles so von der Zelle und so und da haben die ganz gespannt zugehört und so. Und da war halt eine fixe Brennen, die hat gesagt, ja, und was hat Gott gemacht? Mhm. Hat sich ausgeholt. Ja. Und dann, äh, auf so ein Thema, also, da musst du vorsichtig sein, da sollte man sich gar nicht so drauf einlassen, irgendwie mit, mit irgendwelchen, keine Ahnung. Ich hab gesagt, du, das ist ja Glaube. Das ist ein Unterschied. Wir reden hier, reden wir über Wissenschaft und, ähm, wie das in der Biologie ist und so. Also, und das, was du sprichst, das ist ein Glaube und das ist was ganz anderes. Das müssen dir deine Eltern beantworten, ne? Das hat mit Schule eigentlich, was wir hier machen, nichts zu tun. Also, ähm, die Kinder sollen lernen, dass das einfach getrennt wird auch. Also, es ging mir jetzt auch gar nicht darum, dass, sondern, das ist ja, das Problem ist ja oft, das ist von, ich stelle mir jetzt so den typischen Idealeser vor, wie ich mir den vorstelle, der würde das schon als Bedrohung wahrnehmen. Wenn der hört, da kommen jetzt die GBS-Evo-Kids und, und greifen sich unsere jungen Kinder ab, dann wird der das als weltanschauliche Bedrohung oder, oder Indoktrination wahrnehmen. Und von daher würde es mich nicht wundern, wenn dann da irgendwo mal, ähm, euch da Knüppel zwischen die Beine geworfen worden wären. Also, ich stimme dir ja völlig zu. Also, wie gesagt, ich wäre selber sehr zurückhaltend, Kinder mit meiner Weltanschauung oder irgendwas, was ich nicht sauber rechtfertigen lässt zu machen. Aber das ist ja bei euch gerade gegeben, das hast du ja gerade selber gesagt. Aber trotzdem weiß ich, dass die weltanschauliche Gegenseite sozusagen, wenn die sowas hört, denen werden sie sofort die Haare sträuben, wenn irgendwas mit Evolution... Das tut es auch. Ja, und das war meine Frage. Das tut es auch. Die haben ja auch schon, ja, die Worten Wissen war das, glaube ich, die Kreationisten, die haben da vor längerer Zeit, haben die auch schon Artikel darüber gebracht, wie, äh, wie, äh, die Evo Kids und GBS, wie die, äh, da indoktrinieren die Kinder und... Genau, das hatte ich mir vorgestellt. Irgend so was, ja. Also, das wäre schon mal nochmal ein, äh, Podcast selbst, wo wir machen könnten, was da abgeht. Aber, nicht desto trotz, lasse ich mich, ja, äh, auf so eine Diskussion nicht ein, weil das mir persönlich gar nicht darum geht, ja. Mir geht es darum, dass in Gießen gesagt wurde, dass einfach Studenten, auch wenn die Leistungskurs hatten, Biologie, die hatten Teilahnungen von Chemie, ne, was man da so lernt, äh, und so. Aber die hatten keine Ahnung überhaupt, äh, was Evolution überhaupt, wie das vonstatten geht und so, wussten sie nicht. Und das haben die bemängelt. Und das ist das, wo man sagt, das kann man ändern. Man kann bei Kindern schon anfangen, dass es da Evolutionsfaktoren gibt, ja, und, äh, wie gesagt, das, äh, Phänotyp, ne, gibt's einen Genotyp und so. Und, 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 und das mit der Mutation wird da so ein bisschen erklärt und so. Und das können die da schon. Und man merkt, dass diese Kinder auch ganz schnell eine andere Denke entwickeln. Mhm. Dass nicht, äh, irgendwie was mit Religiös haben, weil ich das ja nicht gegenüberstelle. Das, ne, ich überlasse das den Eltern. Ich tu das wirklich trennen zwischen Privat und hier, äh, Naturwissenschaft. Also du müsstest ja sonst auch dem einen Kind je nach Religion das erzählen und dem anderen wieder, äh, äh, das? Nee, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja, das meine ich. Genau. Richtig. Ich meine, es käme ja auch umgekehrt keiner auf die Idee zu sagen, Physiker indoktrinieren Kinder mit Theorie von Gravitation. Ja, ja, genau, ne. Sie haben ja immer noch, äh, die Gläubigen, wenn ich für die jetzt sprechen sollte, wenn sie, was da noch übrig ist, wo sie sagen könnten, das weiß man ja jetzt so nicht. Dann sagt man, das ist ja, was war denn vor dem ersten, wer hat die Zelle gemacht? Oder, äh, so, so Dinge halt, wo man wirklich noch nicht weiß. Es wird immer weniger, ja, aber, ähm, da gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, wo sie dann ihre Kinder dann, äh, das irgendwie versuchen, intellektuell rüberzubringen, dass es vielleicht doch Schöpfe ergibt oder so, keine Ahnung. Aber das interessiert mich auch nicht, ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Mich interessiert es, dass die Kinder ein anderes Denken bekommen, und zwar ein naturwissenschaftliches Denken. Hm. Ja, also die Methode, die wissenschaftliche Methode, da kannst du so viel für dein alltägliches Leben. Kannst du auch nutzen, ja. Das ist einfach die Methode, wo du sagst, du bist vorsichtig, ja, wie das halt so ist. Das sieht man ja jetzt auch, wie viele, äh, da überhaupt kein Verständnis dafür haben, jetzt in den Corona-Zeiten, dass, äh, wissenschaftlich, dass da jetzt öfters auch Themen wieder geändert werden, ne, wo man sagt, äh, Moment, äh, wir müssen das jetzt so machen. Das verstehen die nicht, ja. Ja, aber so ist Wissenschaft, ja, wenn neue Erkenntnisse kommen, dann, äh, dann ändert man eben das, die Herangehensweise wieder. Hm. Und von den Leuten, die da nicht ausgebildet sind oder so, die verstehen das halt nicht, die sagen, ja, die sagen heute hot, morgen so, und, ne, und, und seht ihr doch, das, äh, was die Wissenschaftler kann man auch nicht glauben, ne, das ist ganz einfach, weil sie diese Sprache auch nicht verstehen, wie die sich äußern und so, ne. Ja, und da kann man abhelfen, wenn man, äh, das den Kindern schon von früh auf beibringt, so diese, 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 diese Denke halt. Also das finde ich richtig gut. Wie ist denn so dein eigener Bildungshintergrund, dass du, dass du auch an solche Themen gekommen bist? Ja, das wundert jeden und mich eigentlich auch, also ich bin sehr schlecht gebildet, ich habe es gerade mal bis zur zehnten Klasse geschafft, ich war immer ein schlechter Schüler, äh, also ich bin in, in Mathe schlecht gewesen und, äh, ich bin ja eigentlich Tanzpädagoge, ja, da war ich, da musst du nicht viel schreiben, ich habe also kein Schreib, also ich musste mich wieder richtig, ich werde heute noch kritisiert, wenn ich da ein Komma und das kein Doppelt-S machen und so, und, äh, ich habe nichts gegen die Kritik, also ich lerne dadurch, ich nehme das ernst, und ich setze mich dann hin und versuche das dann auch zu ändern, ja, und, äh, alles, was ich jetzt weiß, was ich mehr weiß, was ich nie gelernt habe, das habe ich mir natürlich selbst beigebracht. Und genauso, also an, an Biologie war ich schon, auch als Kind, das, äh, war ich schon immer interessiert, nur war es halt keine Evolutionsbiologie, ne, aber, äh, natürlich wie ich das dann mit dem, ähm, durch den Dorkens und so, und dann habe ich gedacht, boah, was, da los ist, ne, da muss ich mal gucken, und ich war neu, ich bin halt auch ein sehr neugieriger Mensch, ja, und das mache ich jetzt schon etliche Jahre, ich sage euch, das ist schon schwer, ne, weil das ist ja für mich ein ganz neues Fach, und ich brauche natürlich auch Hilfe, natürlich habe ich auch Leute, ich habe Biologen und so, denen lege ich das vor, ich darfst ja kein Mist hier machen, ne, Ja, und ich lerne da unheimlich davon, ich bin so ein richtiger Freak geworden, ja, so ein Lernfreak, ich muss das wissen, ich muss das wissen, da, aber es ist halt sehr aufwendig. Ja, klar, es kostet natürlich auch Zeit. Das ist Zeit und du musst wirklich da Interesse dran haben, ja, das ist das, aber ich, ich lerne und ich weiß, das ist ein Projekt, das werde ich machen wahrscheinlich, bis ich 1,80 Meter runterliege, weil das hört nie auf, weil das gibt so viel, manchmal war ich auch schon am Verzweifeln, weil noch nicht mal Biologen selbst wissen über alles dann Bescheid, was da ist, ja, das heißt, du musst auch verschiedene Leute kontaktieren und fragen, hier, wie war dann das mit den Fungis und so, ja, also das ist der Teilbereich, allein schon die ganzen Apropoten und alles, also es ist so, ich muss ja immer so ein bisschen mehr dann schon wissen, wie das, was ich als Spiel jetzt konzipieren will, was die Kinder beantworten, also es ist echt, eigentlich mache ich so, ich mache Dinge, die ich eigentlich gar nicht kann, so komme ich mir manchmal vor. Ich merke halt auch immer, wenn, wenn ich manchmal so Leute frage, ja, hast du keine Lust, weil es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, so und denke, nee, erstens, wenn es nicht bezahlt wird, ist das schon mal unlukrativ, vielleicht dadurch, wo die Leute das jetzt hören und es gibt ein paar Biologen, dann wäre das schön, wenn die sich dann mal melden und sagen, oh, ich hätte auch Lust, so ein bisschen da mitzumachen und das zu unterstützen und so, das wäre richtig toll, ne, aber wie gesagt, ja, also das ist das, was ich mache. Ich finde es ja auch so, was du von deinem Hintergrund erzählst, super, weil das den, ich sag mal, formal gebildeteren Spinnern, die wir manchmal so besprechen, ziemlich den Boden unter den Füßen wegreißt, wenn da irgendein, keine Ahnung, Theologieprofessor oder so, der ja nun wesentlich mehr, zumindest formal von der Zeit her, Bildung abbekommen hat, als du, immer noch nicht es hinkriegt, sich über die einfachsten biologischen Sachzusammenhänge zu informieren. Ja. Bist du sozusagen ein Beleg dafür, wenn man das nur will, sich damit zu beschäftigen, dann kann man dazu auch einen Zugang kriegen und es gibt einfach keine Entschuldigung, vor allen Dingen nicht für Leute, die sehr lange jetzt in unserem Bildungssystem ausgeharrt haben, dort einfach nur unwissend zu sein. Ist vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, dass so ein Theologe oder so, dass die Denke schon trotzdem ganz anders ist. Die wollen vielleicht wissenschaftlich sich hinstellen, aber sind sie nicht. Und sie haben keine wissenschaftliche Denke. Und das hat vielleicht noch nicht mal mit einer so eine Grundausbildung, weil die habe ich ja nicht. Aber ich bin offen, versteht ihr? Ich bin offen der Sache gegenüber und habe es nicht so schwer, da irgendwie leichter ranzukommen. Also ich denke, du wirst Sachen verstehen und das Verstehen treibt einen dann, weil dann gibt es noch eine offene Frage und so weiter. Und dann hier kommt man wieder von hier auf da. Und es gibt Leute, die Bildung mehr so als, sagen wir mal, angelesene Wissenseinheiten betrachten. Und ich behaupte mal, das Typische für theologische Denke ist halt, du versuchst halt irgendwas zu finden, was dein Ergebnis unterstützt, das du dir vorher schon ausgedacht hast oder was dein Bauch dir sagt, was richtig ist. Und du versuchst nicht zu verstehen. Wenn Theologen oder Gläubige versuchen würden, Atheisten zu verstehen, dann würden wir nicht immer so komische Vorstellungen von Atheisten bekommen. Richtig. Im Prinzip sind Sie auch darauf gepolt, anders zu denken? Es gab doch neulich ein Interview mit Michael Schmidt-Salomon und Christiane Florin. Ich fand es eigentlich nicht schlecht, also fand auch Christiane Florin gar nicht schlecht. Also ich glaube, die Meinungen waren etwas geteilt über Ihren Interviewstil. Aber ich meine, der Sinn ist ja auch mal kritisch zu hinterfragen. Und da ist Christiane Florin natürlich nicht verkehrt, um mal bei Michael Schmidt-Salomon nachzufragen. Für meinen Geschmack, ich glaube, am Ende hat er aber dann die Kurve gekriegt, hat er die, ich sag jetzt einfach unsere Weltanschauung, zu stark als Weltanschauung im klassischen Sinne dargestellt. Was mir aufging, als ich das Interview gehört habe, ist, eine Religion ist eine Weltanschauung nach dem Motto, wir sagen dir, wie es ist. Und woher wissen wir das? Das ist eine Offenbarung. Während was wir machen, ist eigentlich, das ist eine Ebene höher, das ist eine Methode. Für uns ist nicht das, was zählt, nicht wie, was wir gerade glauben, wie es ist, sondern wie wir zu dem Wissen kommen. Und das Abfallprodukt ist dann sozusagen Atheismus oder Naturalismus. Aber das ist die Methode. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und derjenige, der jetzt in dem alten Ding ist, der denkt jetzt, sei ich ein Atheist, der glaubt dies und das. Und wenn Nietzsche das irgendwann mal gesagt hat, dann glaubt der Matthias vom Ketzer-Podcast das jetzt auch oder so. Und für solche Leute ist es wahrscheinlich schwierig, den Umstieg zu schaffen, dass wir im Grunde, es ist so eine Denkweise, haben wir, glaube ich, gestern auch, wir haben ja gestern schon so ein kleines vorgeketzert. Wir hinterfragen uns eben auch erst mal selber. Bevor wir was sagen oder was kundtun, überlegen wir erst mal, klopfen wir es selber erst mal ab. Und da gibt es ja so Sachen, könnte man jetzt jeden Scheiß mit meiner Argumentation rechtfertigen. Oder könnte man auch das genaue Gegenteil, so geht es mir jedenfalls immer so, mache ich das mal, das genaue Gegenteil rechtfertigen. Was könnte jetzt jemand, der mich angreifen will, wo könnte der ansetzen? Gut, aber wenn du dann selber schon mal abgeklopft hast, dann ist das, was du natürlich rauslässt, auch relativ, ich will nicht sagen unangreifbar, aber sag mal, du hast dir die Gedanken eben vorher gemacht und nicht dann, wenn der von der Gegenseite dich drauf aufmerksam macht auf den Punkt. Und ich habe den Eindruck, das ist bei der Theologen- und Gläubigenfraktion eben häufig nicht so, die denken immer nur so weit, bis so ein Wissensloch, wo wir jetzt voll einstoßen würden, weil wir das wissen wollen, die dichten das quasi ab mit so einer oberflächlichen Antwort, die die am Weiterdenken hindert. So kommt es mir immer vor. Und wir erkennen dann, ja, das ist aber jetzt keine richtige Antwort, das ist nur so eine lockere Abdeckung, so ein Papierknüdel, den du als Wissensloch gesteckt hast. Naja, also ich denke, das ist eben auch, was die Kinder lernen müssen. Nicht Wissen als dafür, aus der Zeit sind wir auch vorbei, wo du dir dann Wissen in der Schule anlernen konntest und dann konntest du den Rest deines Lebens damit über die Runden kommen, sondern dass die eben dann diesen Wissenserzeugungsprozess schon verinnerlichen. Das ist sicher was, was anders ist, als es früher war. Es ist mir jetzt noch wichtig, das kurz zu sagen, was mir aufgefallen ist, also über die Jahre hinweg, wo ich an dieser Grundschule war, ist, jedes Jahr geht die Erde unter, also die Welt unter. Ja, und ich konnte, wenn ich Schüler hatte, ist ja immer so, erste, zweite, dritte, vierte Klasse, du begleitest die dann bis zur vierten Klasse quasi, ja. Und das mit den Weltuntergangsszenarien, das ist jedes Jahr wird es ja propagiert. Und die einen, ne? Meinst du jetzt von irgendwelchen religiösen Spinnern, dass sich immer irgendwer findet, der, oder dass einer in der Fußgängersturne steht, der sagt, die Welt geht unter oder sowas, dass die Kinder das dann sehen? Ja, der Meteor abstürzt und dann werden Bücher geschrieben wieder und so drüber. Und ich habe es mir nicht leben lassen, dass ich jedes Jahr, wenn das dann wieder kam, ja, und die Kinder wissen das. Also so ab dritte Klasse könnt ihr davon ausgehen, dass die sich über diese ganzen Untergänge dann, jedes Jahr ist dasselbe. Und dann erkläre ich das denen. Ich habe mir immer die Zeit genommen dann, ne? Und ich habe das dann auch in der zweiten Klasse schon angefangen, ne? Wo so, ach, jetzt, da habt ihr schon gehört, die erzählen da und so, ne? Und bis spätestens, diese Kinder haben bis zur vierten Klasse, spätestens haben sie gesagt, da ist schon wieder so ein Weltuntergang. Hörst du dann immer noch die Schlagzeilen vom letzten Jahr? Ja, und das ist cool, weißt du, wo ich sage, guck mal, da sind Leute, da werden Bücher geschrieben. Warum schreiben die Bücher? Ja, die kaufen, verkaufen, das seht ihr, das seht ihr, genau, das ist richtig. So, dass man erklärt, wie sowas eigentlich entsteht, wie man ausgenutzt wird auch, wenn jemand sowas macht. Also, dass man skeptisch ist. Das ist immer so mein Ziel, Kindern beizubringen hier, du musst skeptisch sein, glaub nicht alles, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das bringt mich ja schon fast zum Kinderkrieg, die Vorstellung, dass es da Lehrkräfte wie dich gibt. Ja, es ist halt schwierig, ne? Das ist, ich meine, ich hatte ja das Glück, dass ich im Nachmittagsbereich, man muss fair sein, im Nachmittagsbereich, ich konnte meine Stunde, ich habe keinen Lehrplan, wie unsere Lehrer, die morgens da Unterricht gemacht haben. Ich bin ja da freier gewesen, ja? Und wenn ich jetzt da halt zehn Minuten oder eine Viertelstunde später mit meiner Sache anfällt, das interessiert kein Mensch, versteht ihr? Ich bin da in dieser glücklichen Lage gewesen, dass ich den Kindern, dass ich mir Zeit nehmen konnte. Die sind auch viel oft selbst gekommen und haben Dinge gefragt, weil sie gewusst haben, die erklärt das. Vor allen Dingen, wenn du was erklärt hast, mussten sie hinterher keinen Test drüber schreiben, sodass nicht die Variante schon die war, okay, wenn ich die das jetzt frage und die erklärt das, dann könnte ich das hinterher geprüft werden und da habe ich lieber gar keine Lust, das zu fragen, weil dann muss ich weniger für den Test lernen. Ich habe überlegt, Ramona, vielleicht können wir mal zu unserem, du hast ja ein Thema vorbereitet, was du behandeln willst, und zwar Frauen im Atheismus. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.